Das Förderprogramm ist vor allen Dingen für ganz kleine Unternehmen oder sogar Handwerksbetriebe gedacht, also für Unternehmen, die weniger als 50 Mitarbeitende haben. Und man muss eine technische Idee haben, ein technisches Produkt entwickeln wollen. Produkt bedeutet auch Dienstleistung oder Verfahrensentwicklung. Und man muss dieses Produkt auch wirklich vermarkten wollen. Es gibt keine Fristen, also ein Antrag kann jederzeit gestellt werden. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Förderprogramme Einfach erklärt. Heute ist meine Kollegin Elke Büttner unser Gast. Sie leitet den Bereich Innovationsgutscheine bei Bayern Innovativ. Mit diesem Förderprogramm unterstützt der Freistaat Bayern die Zusammenarbeit von kleinen bayerischen Unternehmen oder Handwerksbetrieben mit externen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. Wir sprechen heute darüber, für wen es geeignet ist, welche Möglichkeiten es bietet und was man dafür alles braucht. Wenn Sie sich also verstärkt externer Forschung und Entwicklung widmen wollen und auf der Suche nach Unterstützung sind, sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Barbara Groll und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Hallo Elke, schön, dass du heute hier bist. Hallo Barbara, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Elke, innovative Unternehmen sind nicht nur wirtschaftlich stärker als andere aufgestellt, sondern auch besser für zukünftige Herausforderungen gerüstet. Oft ist dafür das Know-how und die Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sinnvoll. Sinnvoll, aber eben auch mit Kosten verbunden. Und helfen kann da der Innovationsgutschein. Für wen ist das Förderprogramm in erster Linie gedacht? Das Förderprogramm ist vor allen Dingen für ganz kleine Unternehmen oder sogar Handwerksbetriebe gedacht. Also für Unternehmen, die weniger als 50 Mitarbeitende haben. Verstehe. Was genau wird denn durch das Förderprogramm unterstützt? Beziehungsweise was kann man sich denn fördern lassen? Also wenn ein Unternehmen ein technisches Produkt entwickeln möchte und dafür einzelne Schritte nicht selbst durchführen kann, dann kann es Aufträge vergeben und diese Dienstleistungsaufträge können gefördert werden. Okay. Das heißt dann aber im Umkehrschluss, dass es auch Ausgaben gibt, die nicht gefördert werden. Was wäre das? Ja, das sind eben genau alle Aufträge, die nicht technischer Natur sind oder die keinen Entwicklungsinhalt haben. Also zum Beispiel reine Unternehmensberatung oder Marketingaktivitäten oder die Gestaltung einer Webseite. Das wären zum Beispiel Dinge, die nicht gefördert werden könnten. Okay. Ich habe in der Recherche zuvor gesehen, dass es zwei Varianten des Innovationsgutscheins gibt. Worin liegen denn da die Unterschiede und vor allem für wen ist denn welche Variante überhaupt sinnvoll? Also die eine Variante ist der Innovationsgutschein Standard. Das ist der übliche, der einfachere für Kosten zwischen 4.000 und 30.000 Euro. Der ist im Prinzip für jeden geeignet, der eine Entwicklung durchführt und dafür eben Dienstleistungsaufträge vergibt. Und der Innovationsgutschein Spezial, das ist die zweite Variante, der ist für größere Vorhaben, die auch schon ein bisschen forschungslastiger sind, mit Gesamtkosten zwischen 30.000 und 80.000 Euro. Und welche Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen können dann beauftragt werden? Im Prinzip alle Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, also vor allen Dingen Bund-Länder-finanzierte Einrichtungen wie Universitäten oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Aber auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie beispielsweise Fraunhofer-Institute und auch Forschungseinrichtungen, die ja deren Schwerpunkt wirklich in Forschungsaktivitäten liegt und die die letztlich die gleichen Dienstleistungen erbringen können. Kompakt erklärt. Okay, nehmen wir mal an. Ich habe jetzt Interesse an einer Förderung. Wie und vor allem wie hoch wird denn dann letztendlich gefördert, auch bezüglich der verschiedenen Gutscheinvariationen, die ihr so anbietet? Also beim Innovationsgutschein Spezial gibt es eine feste Förderquote von 50 Prozent. Beim Innovationsgutschein Standard gibt es eine Grundförderquote von 40 Prozent der Gesamtkosten und noch Zuschläge von jeweils 10 Prozent. Und das ist abhängig einmal davon, ob eine Forschungseinrichtung beauftragt wird. Vom Sitz des Unternehmens, wenn sich das Unternehmen in einem Raum mit besonderem Handlungsbedarf, also einer eher strukturschwachen Gegend befindet, dann gibt es nochmal 10 Prozent Förderquote. Und es gibt auch einen Zuschlag für besonders kleine Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern. Die können auch nochmal 10 Prozent mehr Förderquote bekommen. Das ist vor allen Dingen dann auch interessant für kleine Unternehmen, die zum Beispiel sich auch in München oder Nürnberg in großen Städten befinden. Da gibt es ja meistens weniger Fördermöglichkeiten. Aber in dem Fall geht es wirklich nur um die Unternehmensgröße und die Unternehmen bekommen auch hier diesen zehnprozentigen Zuschlag. Du hast es jetzt schon mal so ein bisschen angerissen und es hört sich auch sehr gut an. Welche Voraussetzungen muss ich denn schaffen, um für eine Förderung überhaupt in Frage zu kommen? Also in diesem Fall für einen Innovationsgutschein muss das Unternehmen eben einfach klein genug sein. Und man muss eine technische Idee haben, ein technisches Produkt entwickeln wollen. Produkt bedeutet auch Dienstleistung oder Verfahrensentwicklung. Und man muss dieses Produkt auch wirklich vermarkten wollen. Also das ist nicht dafür gedacht, dass man sozusagen für den Eigenbedarf entwickelt, sondern es muss eben am Ende ein verkaufsfähiges Produkt rauskommen. Und wenn ich jetzt diese Voraussetzungen erfülle und ich will den Schritt zur Antragstellung wagen, welche Unterlagen benötige ich denn für den Antrag und vor allem gibt es da auch Fristen, die ich einhalten muss? Es gibt keine Fristen. Also ein Antrag kann jederzeit gestellt werden. Und dazu gehört einfach das Online-Antragsformular, ein Angebot vom Dienstleister und eine Gewerbeanmeldung oder ein Handelsregisterauszug. Das ist schon alles. Und wo ist dieses Online-Antragsformular? Also wo und bei wem kann ich denn den Innovationsgutschein beantragen? Das ist eigentlich ganz einfach. Das geht über unsere Webseite, also innovationsgutschein-bayern.de. Da kann man direkt online den Antrag stellen. Und wie läuft dann so ein Antrag ab? Wie aufwendig ist der? Es gibt erstmal zwei Möglichkeiten, überhaupt sich einzuloggen. Entweder über ein Elster-Unternehmenskonto, dann ist eine volldigitale Antragstellung möglich. Da muss man überhaupt kein Papier mehr einreichen oder eben mit Benutzername und Passwort. Dann kann man sich eben auch in das Antragssystem einloggen. Füllt erstmal das Antragsformular aus. Da wird man mit den Fragen auch ganz einfach durchgeleitet, welche Angaben notwendig sind. Und kann dann den Antrag freigeben. Vorher sein Dienstleistungsangebot und eben Handelsregisterauszug hochladen. Und dann ist man eigentlich schon fertig. Im Falle, dass man jetzt keinen Elster-Antrag stellt, muss man einfach nochmal ein Dokument, ein PDF, das bekommt man per E-Mail zugeschickt, unterschreiben und das als finales Antragsformular dann reinschicken. Alles klar. Und wie lange ist dann so im Durchschnitt die Bearbeitungszeit für einen Antrag? Und vor allem, kann ich auch mehrere Anträge einreichen? Also wenn der Antrag vollständig bei uns vorliegt, dann ist die Bearbeitungszeit ungefähr vier Wochen. Und man kann parallel bis zu drei Anträgen stellen oder innerhalb von zwei Jahren, auch nacheinander, kann man insgesamt drei Anträge stellen. Da zählt der Zeitpunkt der Bewilligungen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Antrag schon wieder zwei Jahre her ist oder eine Bewilligung schon wieder zwei Jahre her ist, dann kann man auch da dann den nächsten Antrag stellen. Und man kann die Varianten auch untereinander mischen. Also man kann zwei Innovationsgutscheine standardstellen und dann ein Spezial oder theoretisch auch drei Innovationsgutscheine spezial beantragen. Praxistipp. Hast du vielleicht ein paar Beispiele für uns, wo der Innovationsgutschein bereits erfolgreich eingeschätzt wurde? Na klar, da gibt es eine ganze Menge Beispiele. Eins ist zum Beispiel, dass jemand ein Fahrradschloss entwickelt hat, was in die Sattelstütze integriert wird. Also wenn man diese großen Fallschlösser kennt, dann weiß man, dass die ja oft im Weg sind, dass sie auch recht schwer sind. Und in dem Antrag wurde eben ein Fallschloss beantragt bzw. entwickelt, was eben in die Sattelstütze integriert wird, sodass es eben während der Fahrt komplett verschwindet. Spannend. Und dieser Antrag wurde bewilligt. Der wurde bewilligt. Es gibt auch noch weitere Beispiele. Also was auch sehr erfolgreich war, ist die Entwicklung einer kakaofreien Schokolade. Das war ein Geschwisterpaar, was einen Innovationsgutschein-Spezial beantragt hat dafür. Und das Vorhaben war so erfolgreich, dass die inzwischen innerhalb von zwei Jahren 50 Mitarbeitende jetzt schon haben. Und diese kakaofreie Schokolade auch schon erfolgreich auf dem Markt ist und zum Beispiel in bekannte Müsli-Sorten also auch schon verwendet wird. Super. Aber jetzt heißt es ja oft, es sei extrem aufwendig, Fördermittel zu beantragen und dass man das im täglichen Geschäft gar nicht leisten kann. Stimmt das denn? Und wie viel Zeit muss man denn jetzt wirklich, deiner Erfahrung nach, in so einen Antrag stecken? Naja, man braucht ein bisschen Vorbereitungszeit, weil man beim Innovationsgutschein jetzt speziell eben erstmal das Dienstleistungsangebot ja einholen muss. Muss man aber sowieso, wenn man einen Auftrag erteilen will. Und für den Antrag, wie gesagt, man wird ja durch das Formular recht gut durchgeleitet. Wir haben da auch Kommentare drin. Also man weiß eigentlich recht genau, was man da angeben muss. Und ich würde sagen, innerhalb von ein paar Stunden oder einem halben Tag maximal kann man diesen Antrag stellen. Ja, dann vielen Dank, Elke, dass du uns heute den Innovationsgutschein näher gebracht hast. Ich persönlich habe vor allem gelernt, dass es gar nicht so ein großer Aufwand ist, ihn zu stellen und vor allem, dass es sich lohnt. Ja, herzlich gerne und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. So, das war es wieder für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Den Link zum Förderprogramm finden Sie wie immer in den Shownotes. Ebenso die Kontaktdaten von Elke und ihrem Team, die sehr gerne für Sie da sind. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn wir ein weiteres Förderprogramm vorstellen. Und damit Sie keine Folge mehr verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast, am besten bei Spotify. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, hinterlassen Sie uns gerne eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Barbara Groll und das war Förderprogramme einfach erklärt. Ein Format des Podcasts Innovation Leben von Bayern Innovativ. Ich bin Barbara Groll und das war für heute.